Hi Leute, heute geht es ums Fasten. Besonders wenn du das erste Mal fasten möchtest, möchte ich dir heute nahe bringen, was dabei wichtig ist, was du beachten solltest und wie du am besten fasten solltest. Und zwar, ich möchte mal meine eigenen Erfahrungen einmal teilen und dann auch die Erfahrungen, die ich immer wieder in Gruppen, bei Retreats gemacht habe, wie auch zum Beispiel beim letzten Retreat aus Sri Lanka oder letztes Jahr im Herbst. Und ich möchte die wichtigen Punkte dabei mal hervorheben, die sich einfach für mich herausgestellt haben, wo einfach jeder beachten sollte. Und gerade wenn ich in Gruppen gefastet habe, ob man sich dazu wirklich Zeit nimmt, das ist eben ein Punkt. Und einmal noch kleine Ankündigungen zwischenrein. Wenn ihr Fasten mögt, da Interesse dran habt und das zum Beispiel das erste Mal machen wollt, auch wenn ihr schon öfter gefastet habt und einfach mal wieder fasten möchtet. Im August fasten wir wieder zusammen, und zwar diesmal in Österreich, in den Bergen. Wunderschön, freue mich total drauf, ist eine Berghütte. Der Link steht unten drunter, also wenn euch das interessiert, wenn ihr da noch dabei sein wollt, dann schaut da einfach mal drauf, ob das was für euch ist. Gerade über die Erfahrung auch bei den Retreats möchte ich reden und im Allgemeinen eben beim Fasten, was da so wichtig ist. Und was ich immer wieder bei jedem festgestellt habe, ist einmal der erste Punkt, wie wichtig Ruhe und Entspannung dabei ist. Denn Fasten ist vielleicht ganz nett und auch hilfreich und entlastet den Körper, einfach dadurch, dass er nicht mit der Verdauungsarbeit belastet ist und sich jetzt komplett um die Reinigung kümmern kann, um die Ausscheidung von altem Zellmüll, die wir heutzutage ständig aufnehmen, sei es mit der Nahrung oder über die Umwelteinflüsse. Und dazu dient eben ein Fasten und wenn du aber nicht in die Ruhe kommst dabei, wenn du nicht entspannst dabei, was ich immer wieder erlebt habe, Leute, die nebenbei arbeiten, da ist ein Fasten vielleicht ganz nett, kann man auch machen, ist auch gut. Aber wenn du nicht in diese Entspannung reingehst und wirklich auf den Körper hörst und dabei mal runterkommst, dann kommst du nicht an diese tieferen Schichten, dann kommst du einfach nicht an diesen ganzen alten Zellabfall ran. Da ist so viel eingelagert und es ist einfach schwer, ein Auto zu reparieren, wenn du gerade ein Wettrennen fährst. Und wenn du völlig in deinem Alltag involviert bist und überhaupt nicht da rausgehst und dir die Ruhe und Zeit nimmst, auch emotionale, psychische Sachen zu verarbeiten, die beim Fasten sehr häufig hochkommen, das geht immer einher, das ist einfach ganzheitlich zu sehen und es passiert immer ganzheitlich. Mit diesen alten, eingelagerten, körperlichen Fremdstoffen, die ausgeschieden werden, gehen auch wieder emotionale oder psychische Prozesse einher, die dabei wieder ausgeschieden werden und verarbeitet werden. Und Loren Lockman ist zum Beispiel auch jemand, der hat einen Fastencenter in Costa Rica, der macht immer sehr lange Fasten, 30, 40 Tage, was ich jetzt nicht empfehlen würde, besonders am Anfang. Also kann man auch machen, aber dazu muss man sehr entschlossen sein und ich denke, für die Masse, für die meisten ist es am besten, kürzere Fasten zu machen. Ist einfacher, ist dauerhafter. Und er macht zum Beispiel nur Fasten mit Completely Rest, sagt er immer. Also sich komplett auszuruhen. Und ich habe das auch immer wieder beobachtet bei mir selber, der Körper geht gar nicht in so eine tiefe Heilung rein, wenn du dich dabei nicht ausruhst. So, du entlastest natürlich deinen Körper, wenn du zwischendrin einfach mal einen Saftfasten machst, auch neben der Arbeit. Ist auch ganz schön und nett. Der Körper ist einfach nicht mehr so viel beschäftigt, nicht mehr so viel belastet mit schweren Mahlzeiten, die man sonst vielleicht zu sich nimmt. Und du funktionierst allgemein besser. Du brauchst weniger Schlaf meistens. Aber der Körper geht dann, wenn er nicht in diese Ruhe kommt, nicht in diese Reinigungsprozesse so tief rein. Und das würde ich einfach jedem empfehlen, sich wirklich beim Fasten die Zeit und Ruhe zu nehmen und dann langsam anzufangen. Du kannst auch erstmal 24-stündiges Fasten machen. So, dann lässt du mal das Abendessen weg, isst mittags um 12 und dann bis zum nächsten Tag. So, einfach klein anfangen. Weil der zweite Punkt, der mir absolut wichtig ist bei einem Fasten, ist immer der, dass es dauerhaft gemacht wird, dass es dazu dient, den Körper wirklich zu reinigen, zu entlasten und dass es kein Wettkampf ist. So, das heißt, du solltest danach deine Ernährung umstellen. Denn es bringt nichts, wenn du dir ständig irgendwie Mist reinschiebst und irgendeinen Quatsch isst, alles andere total ungesund lebst, dich nicht bewegst, keine frische Luft atmest und unter Dauerstress bist und dann mal kurz fastest oder länger fastest. Das Wichtige ist dann dauerhaft die Ernährung umzustellen. Fasten ist immer ein schöner Reset-Punkt. Die Sinne sind danach wieder so fein und scharf und dir schmeckt einfach nur ganz einfache Frucht, eine Erdbeere, egal was, es schmeckt so genial danach. Ein Schluck Wasser schmeckt danach genial nach dem Fasten. Die Sinne werden wieder zurückgesetzt. Die Zunge wird viel empfindlicher und zu einem Fasten, gerade wenn du mal kurz fastest, zwei, drei Tage, eignet es sich immer super, um danach die Ernährung umzustellen. Lieber nicht zu lange, also davon würde ich immer am Anfang abraten, weil dann fällt dieser Punkt der Dauerhaftigkeit oft weg. Dann ist es wieder so ein Hin- und Herschwanken zwischen den Extremen. Und jedes Mal, wenn du wieder so extrem zurückschwangst und dann wieder hochverarbeitete Nahrung, irgendwelche Industriekosten mit Glutamat oder so zu dir nimmst, dann nimmst du das wieder zu dir und es muss wieder ausgeschieden werden. Und wenn du das nächste Mal wieder ausscheidest und der Körper sich davon reinigt, dann hast du wieder diese Gelüste drauf. Und wenn du dann wieder darauf zurückgreifst, dann bist du immer in so einem Teufelskreis. Also auch immer schauen, dass du die Ernährung dann wirklich komplett umstellst und wenn du solche Gelüste hast, dann nicht komplett wieder in dieses Extrem zurückfallen, sondern sich dann, mach dir irgendwelche eigenen Chips, aber mit kaltgepressten Öl oder nicht so verarbeiteten Lebensmitteln. Anstatt irgendwo in einem Restaurant zu Masiaten zu gehen, wo irgendwie Geschmacksverstärker und alles verwendet werden, mach dir selber daheim was. Bereit dir das selber mit guten Zutaten zu. Ohne Industrie, Zucker, Salz, was gängig ist. Und E-Nummern in jedem normalen Restaurant. Da kannst du auch mal schauen. Ich habe einen PDF dazu, verlinke ich mal unten drunter, wo ich auf die drei Gelüste drauf eingehe, wie du die immer gesünder schrittweise stillen kannst. Also bei Fett zum Beispiel, dass du statt zu Industriefett dann erstmal kaltgepresste Öle verwendest. Irgendwann dann übergehst zu Avocados, Nüssen, also natürliche Fett verwendest. So dann schrittweise da umstellst. Ebenso beim Zucker, dass du anstatt Industriezucker langsam zu Rohrohrzucker gehst und dann einfach weiter zu natürlichen Süßungsmitteln, zu Trockenfrüchten, Datteln, Feigen, Aprikosen und dann zu einfach nur Früchten am besten als Süßungsmittel. Also das drunter verlinkt, kannst du dir per E-Mail schicken lassen. Einfach in den Newsletter eintragen und dann bekommst du das. Und der dritte Punkt, neben der Ruhe und Entspannung und der Dauerhaftigkeit eben, für die man das Fasten nutzen sollte, dauerhafte Umstellung, ist dann der dritte Punkt, dabei auf den Körper zu hören. Und das stelle ich auch immer wieder fest, dass viele Leute das dann als so einen Wettkampf sehen. Ich habe dazu auch nochmal ein extra Video gemacht, verlinke ich in der Infobox, wenn ich daran denke. Vielleicht erinnert mich daran in den Kommentaren. Es ist kein Wettkampf, Fasten ist kein Wettkampf. Da geht es einzig und allein darum, den Körper zu reinigen. Und du kannst dir natürlich vorher sagen, hey, ich habe jetzt vor, eine Woche zu fasten. Aber du solltest immer auf den Körper zu hören. Und wenn es nur ein Tag wird, dann wird es nur ein Tag. Du solltest den Körper dabei zu nichts zwingen. Das ist dann wieder kontraproduktiv. Wenn dein Körper was verlangt, dann isst was. Aber du solltest dieses Hungergefühl auch nicht falsch deuten. Wenn du so ein starkes Hungergefühl hast, ist es häufig am Anfang nur die Reinigung, die Organe, der Darm zieht sich erstmal wieder zusammen und kommt in seine ursprüngliche Form und entleert sich erstmal richtig. Und es wird häufig als Hunger gedeutet. Früher dachte ich auch, wo ich noch nie gefastet hatte, ich hatte ja alle zwei Stunden Hunger und dann schon dieses Magenknurren. Und dieses Magenknurren, das viele kennen, ist häufig überhaupt kein Hunger. Das heißt, wenn es dann zum Fastenbrechen hingeht, schau, dass du da drauf hörst, ob es wirklich Hunger ist oder ob es nur ein Reinigungsprozess ist, ein Entleerungsprozess. Warte am besten zwei Stunden, wenn du wirklich Hunger verspürst. Zwei Stunden kann jeder warten. Und es ist normalerweise als Mensch wirklich möglich, dass du mal ein paar Tage nichts isst. In der Natur war es auch so. Da gab es nicht immer was zu essen. Und es sollte normalerweise kein Problem sein. Das heißt, du kannst, wenn du Hunger verspürst, erstmal zwei Stunden warten. Ein, zwei Stunden warten. Und wenn du dann immer noch diesen totalen Drang nach Essen verspürst, dann brech irgendwann das Fasten. Das ist dann auch nicht schlimm. Und dann wollte ich eben noch kurz auf die verschiedenen Arten vom Fasten eingehen. Und auf die Dauer. Also ich würde, wie gesagt, ganz klein anfangen. Und dann kannst du dich lieber steigern. Und wenn du mal so ein 24-Stunden-Fasten gemacht hast, dann kannst du das nächste Mal mal, ja, zwei Tage machen. Oder dann mal drei, vier. Mach das lieber häufiger, regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, mindestens einen Fastentag einmal im Monat. Dann hast du schon mindestens zwölf Tage im Jahr gefastet. Das ist viel effektiver, dauerhaft dran zu bleiben und dann auch dauerhaft die Ernährung in eine gesündere Richtung umzustellen. Weil es bringt nichts, immer weiterhin Müll in sich reinzuschaufeln und dann ab und zu wieder zu fasten und es wieder loszuwerden. Sinn dahinter sollte immer sein, seinen Lebensstil dauerhaft zu ändern und dann ganz neue Geschmäcker zu entdecken. Und dann zu den Fastenarten. Es gibt ja Saftfasten, Wasserfasten, es gibt auch Trockenfasten. Trockenfasten heißt, du trinkst auch nichts beim Fasten, aber das würde ich keinem empfehlen, keinem Anfänger. Das würde ich dir empfehlen, dass du das machst, wenn du schon 10, 20, 30 Mal gefastet hast und schon ein paar Jahre lang den Körper gereinigt hast und dich von einer vitalen, frischen, am besten veganen Rohkost ernährst. So, dann kannst du vielleicht mal irgendeinen Trockenfasten probieren, aber vorher würde ich das nie empfehlen. Am besten Wasserfasten oder Saftfasten, aber nur mit Gemüsesäften oder Wildkräutersäften, nur wenig Früchte mit reinmischen. Auf jeden Fall nicht nur mit Fruchtsäften Fasten. Das ist einfach zu viel Zucker, das ist zu viel, was dabei gleichzeitig im Körper gelöst wird an Fremdstoffen. Das überfordert den Körper und ist kontraproduktiv. Wenn du fastest, dann mit Gemüsesäften, Wildkräutersäften, grünen Säften eben, genau. Oder einen Wasserfasten, wenn du in den Trocken bist, Kokoswasserfasten ist auch immer super. So, und grundsätzlich ist es so, umso weniger du deinen Körper belastest, umso weniger du zu dir nimmst, umso mehr reinigt sich der Körper auch. Also bei einem Wasserfasten wird auch mehr gereinigt, als bei einem Saftfasten häufig. Und Wasserfasten, finde ich, kann von Vorteil sein, weil man dann gar nicht so die Gelüste hat, ständig sich irgendwie, ja, Saft zu machen oder irgendwas, weil man gar keinen Geschmack erst mal zu sich nimmt. Und dann ist man überhaupt nicht stimuliert und es fällt oft leichter, was den Geschmack angeht. Aber Saft ist dann wiederum, was eine Mahlzeit angeht, weil es dann doch ein bisschen, ja, Beschäftigung für den Körper ist, dann ist es nicht ganz so intensiv. Also Saftfasten fällt häufig am Anfang leichter. Mit Gemüsesäften ist es super, am Anfang mal zu starten, einen Tag Saftfastentag zu machen. Ja, und dann vielleicht mal einen Wasserfastentag. Ja, aber das war es eigentlich. Wenn ihr noch Fragen zum Fasten habt, was euch genauer interessiert, ich hatte auch schon mehrere Videos darüber gemacht, schaut einfach auf den Kanal, gibt, ja, da ist so ein kleines Lupensymbol auf meinem Kanal. Da könnt ihr, ja, eine Suche eingeben. Sucht einfach mal nach Fasten. Wie gesagt, sind mehrere Videos, die ihr da findet. Schaut euch da nochmal durch. Genau, und ansonsten, falls ihr noch andere Fragen habt, postet gerne unter das Video, gerade beim ersten Fasten eben. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim ersten Fasten. Und wenn du gemeinsam Fasten magst, dann freut mich auch, dich persönlich zu sehen beim Fasten im August in den Österreich, in den Bergen. Würde mich freuen, wenn du da dabei bist. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020